Oh, meine lieben Freunde, oh, das kann sein. Was kann eigentlich sein? Ach, ich frag mich schon wieder. Was wird das schon wieder? Ich weiß ja auch nicht. Meine lieben Freunde, wir sind auf meingott.net. Das seht ihr auch rechts auf meiner Seite und auf eurer Seite auch rechts. Das Scoreboard. meingott.net. Naja, daran, da sollte ich mal was unternehmen. Neun Tode und sieben Kills. Ich sollte mal was unternehmen. Ich habe mehr verloren als gewonnen, meine lieben Freunde. Ja, wir sind hier auf meingott.net und wir haben wieder was Schönes für euch. Wir haben jetzt Fly. Jeder kann Fly kaufen im Online-Shop, über ein Forum erreichbar oder auch im Spiel. Mit Slash Extras könnt ihr das aufrufen oder mit Slash M. Auch hier im Menü. Ja, das Menü ist jetzt etwas größer und hier haben wir jetzt ein paar neue Sachen. Zum Beispiel hier die Flügel von Lydra. Einmal Fly Booster kaufen. Ihr könnt ja auch In-Game Geld zahlen. Nicht nur Echtgeld. Oh, In-Game. Hier zum Beispiel ein oder auch vier. Also plus ein. Also fünf dann. So, für 20.000 oder halt auch für einmal 5.000 kaufen. Und dann habt ihr das dann. Dann könnt ihr Slash Fly All machen. Dann hat das jeder Spieler für seinen eigenen Plot. Ja, jeder auf seinen eigenen Plot Fly oder wenn jemand getrostet ist, kann der auch Fly machen. Natürlich. Ja, wenn ihr Fly All gemacht habt, dann braucht ihr nur noch Fly machen. Dann aktiviert das. Also ihr aktiviert Fly, wenn schon Fly All an ist und ihr wollt nicht Fly haben, dann könnt ihr, dann braucht ihr nicht fliegen. Aber zusätzlich müsst ihr dann den Befehl Fly eingeben. Dann könnt ihr dann fliegen. In 30 Minuten so lange. Und wenn jemand 2 aktiviert hat, dann geht das ja natürlich eine Stunde. Und das verdoppelt sich immer dann so eine halbe Stunde. Ja, meine lieben Freunde. Ihr könnt jetzt Fly aktivieren. Zum Beispiel einmal kaufen. Wir haben jetzt einmal gekauft. Ähm, verwende. Ähm, du hast erfolgreich einmal Fly gekauft. Du kannst diesen Booster mit Slash Fly All verwenden. Und es gilt ab der Aktivierung 30 Minuten lang. Ja, wir haben noch ein paar Bugs und so ein paar Schwierigkeiten damit. Aber keine Sorge, die werden noch gefixt. Wie weit funktioniert das. Ihr könnt Fly und hohe Gebäude bauen, wie ihr wollt. Ja, natürlich haben die Ränge auch, ähm, Fly Verfügung kostenlos. Einmal die Woche haben die natürlich nicht nur Slash Kopf, auch Slash Fly habt ihr dann, ja, Fly. Dreimal hat der Ultra-Rank, ähm, zur Verfügung. Könnt ihr jetzt Fly machen. Also für eineinhalb Stunden. Oder der Mega-Rank dann siebenmal. Jeden Tag einen könnt ihr aktivieren, wie ihr wollt. Oder alle auf einen Tag. Ja, dann habt ihr dann genug Stunden. Ja, oder ihr kauft Online-Shop oder halt auch In-Game. Ja, jetzt habt ihr Fly, meine lieben Freunde. Genießt das auf dem Server. Baut was Cooles, richtig Großes, wenn ihr wollt. Und wir haben nicht nur das jetzt zur Verfügung. Wir haben auch Slash Handy. Nicht nur ein Handy mit, äh, HA. Könnt ihr dieses aktivieren. Euer Handy. Ja, in Minecraft hat jeder sich schon mal ein Handy gewünscht, das halt nicht gebrauchbar ist. Aber jetzt habt ihr ein Handy, sogar in Minecraft. Hier bei der Uhr haben wir ein Handy. Wir drücken drauf und schon haben wir hier, kannst du wählen. Zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wie auch immer, ihr habt hier Zeilen. Nicht nur Buchstaben. Die Buchstaben haben wir nicht, die brauchen wir auch nicht. Wir brauchen nur Zeilen, um jemanden anzurufen. Meine lieben Freunde, probieren wir das gleich mal aus. Aber damit können wir nicht viel erreichen, meine lieben Freunde. Ja, wenn ihr eine Idee habt mit dem Handy, dann schreibt es in den Kommentaren. Vielleicht können wir das noch weiter umsetzen und die Idee noch ein bisschen reinhauen. Und ja, wir haben nicht nur das. Wir haben jetzt auch, ähm, ja. Ja, hier auf dem Menü könnt ihr auf jeden Fall zu allen zugreifen. Sogar auch das Ding hier unten. Ah, Ausgang. Eigentlich denkt ihr so, so macht man das Menü wieder zu. Ne, ihr kommt ja auf Exit. Ausgang, ja. Ihr geht auf den Ausgang 1. Ja, oh. Wir gehen immer noch auf den Ausgang. Wo geht es denn hin? Können wir ja ganzer Zeit klicken hier. Hm. Das dauert zu lange, meine lieben Freunde. Das machen wir ein bisschen schneller. Hm. Oh. Oh, wir teleportieren uns irgendwo hin auf Griefer Games. Oh, nein. Na, schade. Was ist hier was los, meine lieben Freunde? Das ist einfach nur das Portalraum, was wir gemacht haben. Haben wir generell ziemlich groß verändert. Haben wir alles, äh, viel verändert. So. Und wir haben hier oben die Zeilen. Die Karten habe ich natürlich alle selber gemacht. Die Karten, die hier oben sind. Karten, ja, nicht den Portalraum. Und wir haben es verändert. So, von 1 bis 27 sind überall welche. Wo kein Wasser ist, ist noch kein Portal, aber das kommt noch. Hier oben ist, äh, 28 und 29, genau, 29 Türen Portale. Hier muss man dann hier unten reinschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr irgendwo reingehen und dann halt lasst euch überraschen, wo ihr da hingeht. Ja. Und da kommen noch Portale. Da, wo noch nichts ist, ist, da kommt auf jeden Fall noch was, meine lieben Freunde. Das war's, meine lieben Freunde. Wenn ihr auch hier spielen wollt, dann, ähm, äh, äh, gebe ich euch, ähm, äh, zum Beispiel das Klaus. Naja, das war nicht so aufregend, meine lieben Freunde. Aber das ist ja nicht so schlimm. Hier bekommt ihr auch natürlich Kalender. Jeden Tag, ähm, kommt darauf an, wie viele online sind, dass wir das, äh, gut verteilen können, meine lieben Freunde. Sonst werden wir das immer am Wochenende verteilen, wenn genug Spieler da sind, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch gefällt's, diese neuen Menüs und die nächste Tour, da Fly schon fast fertig ist, nur ein paar Fixes gemacht werden müssen, kommt danach schon was Neues. Was ihr sammeln könnt, sammeln ist immer gut. Und das wird, werdet ihr bestimmt auch schon kennen, aber das ist auch cool, meine lieben Freunde. Dann sehen wir uns in einer anderen Folge, äh, vielleicht in einer Morgenfolge oder mal gucken, wann ich das nächste Video aufmache, hochlade, weil derzeit ist ein bisschen Stress. Und, äh, auf jeden Fall geht's nach Weihnachten, Silvester wieder normal weiter, meine lieben Freunde. Ja, ähm, auf Reefogames habe ich keine Lust mehr, weil Reefogames ist langweilig. Dafür sind wir hier, meine lieben Freunde, auf meingott.net. Und wir werden, ja, wir haben ja auch schon bei GTA und RDR 2 auch schon weiter gemacht. Jede Woche kommt ja eine Folge von beiden immer raus. Wenn ihr da mitspielen wollt, schreibt's in die Kommentare. Euren PSN-Namen, schreibt ein bisschen dazu, ähm, ja, wer ihr seid. Und dann können wir gemeinsam spielen. Und, ähm, ja, wir verpissen uns mal. Und die Yu-Gi-Oh!-Video kommt ja normal jeden Samstag auch raus. Und wir sehen uns und wir verpissen uns. Haltet die Augen steif und haltet alles gerade. Wir sehen uns, meine lieben Freunde. Tschüss.